In diesem Klassenzimmer lauern die Giftstoffe in den Fugen der Wand. Rektor Peter Wummel zeigt München TV die Stellen, die jetzt endlich für den Umzug sorgen werden. Nach Angaben der Stadt München gab es allerdings nie Grund zur Sorge, meint Peter Wummel. Die Belastung dieser Fugen ist also immer noch in diesem Grenzwert zwischen 300 und 3000. Das heißt, dass damit keine unmittelbare Gefahr ist, aber das RBS hat das eben vorsorglich uns jetzt rausgenommen, weil einfach das Ganze schon so lange dann herrscht und weil TV München ja diesen Bericht gebracht hat. Die Mittelschule an der Eduard-Spranger-Straße im Hasenbergl ist offenbar die letzte Schule in München, die noch mit dem krebserregenden Giftstoff PCB belastet ist. Alle anderen wurden bereits generalsaniert. Diese Dokumente beweisen, dass die Giftstoffbelastung bereits in den 90er Jahren bekannt war. 2011 wurde PCB, also polychlorierte Bifonile, offiziell nachgewiesen. Seitdem wurden permanent Maßnahmen ergriffen. Und das wird platt gemacht. Erstens, ich habe es vorher schon erwähnt, wir haben einen extrem dichten Reinigungsturnus. Es ist eigentlich die ganze Zeit jemand da und wischt feucht ab, Punkt eins. Punkt zwei ist, das belastet uns jetzt wirklich, weil die Schule wurde zweimal innen neu mit einem Latexanstrich gestrichen, selbst vorbeugend von der Stadt, obwohl es ganz klar bekannt ist, dass wir jetzt ausziehen. Sogar die Vorhänge in den Klassenzimmern wurden abgehängt. Jetzt fällt der letzte Vorhang, nach einer Abschlussveranstaltung am Abend, zu der der ehemalige Schüler Willi Aster aus seinem Programm spielt. Nach den Faschingsferien werden dann rund 390 Mittelschüler hier in den zukünftigen Containern des Gymnasiums, in der Georg Zechalli unterrichtet. Dann können wir uns dejar' ein Schmal die Vorhänge innen. Jetzt müssen wir jetzt hier weiterhiffeln. Bis zum nächsten Mal.